die dhv news vom 7 mai 2021 ludwig macht jetzt schlau mit mail ab schweiz liegeleist debatte während modellprojekte starten herzlich willkommen bei den dhv news ich habe letzte woche schon mal berichtet über die koalitionsverhandlungen baden-württemberg und jetzt ist der vertrag veröffentlicht worden der entwurf für den koalitionsvertrag der muss am samstag noch von den parteitagen von grünen und cdu verabschiedet werden beschlossen werden dass man an der koalition auf dieser grundlage teilnimmt aber wäre schon sehr überraschend wenn jetzt die parteitage sagen wir machen die koalition doch nicht wegen irgendwelcher geschichten da im koalitionsvertrag also sehr wahrscheinlich kommen das so durch und tatsächlich ist die erhöhung der geringen menge noch drin das hatte ich ja letzte woche schon berichtet und der wert den ich berichtet habe stimmt auch aber ich zitiere mal auf landesebene werden wir die höchstgrenze der geringen menge bei cannabis im sinne der paragrafen 29 absatz 5 31a betäubungsmittelgesetz wie zum beispiel nordrhein-westfalen thüringen und rheinland-pfalz festlegen das ist das was im koalitionsvertrag steht ich habe letzte woche ja schon gesagt zehn gramm war in der diskussion so wie es im medien stand und es geht um zehn gramm weil alle drei genannten bundesländer haben zehn gramm also nrw thüringen rheinland-pfalz die stellen alle die strafverfahren bei zehn bis zu zehn gramm ein haben eine sollbestimmung übrigens auch ist ja auch mal wichtig also das sollen die staatsanwälte regelmäßig einstellen die verfahren ist keine einzelfallprüfung wie in manchen anderen ländern aber wieso schreiben nicht zehn gramm rein ja war der cdu dann wahrscheinlich unheimlich so von wegen gut wenn ihr wollt macht mal mit aber lass uns dann irgendwie ein bisschen blumiger beschreiben lass uns nicht zehn gramm reinschreiben hätten sie auch 17 minus sieben schreiben können oder so ja naja ob das jetzt gut ist oder nicht mag jetzt jeder selbst entscheiden wir haben wilde diskussionen nach der ausgabe letzte woche ich meine ja dass ich da sowohl erklärt habe warum das eigentlich eine pillepalle kleinigkeit ist diese veränderung und wieso es aber doch irgendwie auch gut ist ja also wenn man kann das so oder so sehen und es gab da unterschiedliche einschätzungen dazu fakt ist auf jeden fall es ist eine ganz kleine änderung aber eben so wie das in den letzten 20 jahren immer war wenn bundesland liberaler oder weniger liberal geworden ist per beschluss ging es immer nur ein paar gramm rauf oder runter bei der geringen menge und es ist die erste heraufsetzung der geringen menge mit cdu-beteiligung bisher haben die immer nur die gesetze verschärft oder eben dafür gesorgt dass sie gleich hart geblieben sind aber sie noch nie eine liberalisierung mitgemacht und von daher schon irgendwie ein gewisser meilenstein ja das können ja wieder alle auf mich einkloppen von wegen das ist doch alles mist naja was ich aber noch gefunden habe und letzte woche nicht thema war hier und auch in den medien bis jetzt nicht thema war im koalitionsvertrag steht auch ein klares bekenntnis zu drug checking drin auch da zitiere ich noch mal durch angebote zur schadensminimierung muss alles dafür getan werden die gesundheitlichen risiken zum beispiel durch gestreckte drogen schmutzige spritzen oder gefährliche zusatzstoffe zu reduzieren deshalb setzen wir uns im rahmen eines wissenschaftlich begleiteten modellprojekts für möglichkeiten ein inhaltsstoffe von drogen überprüfen zu lassen in klammern drug checking also das hätte ich nicht erwartet ja ich hätte auch keine änderungen bei der geringen menge erwartet aber dann noch irgendwie so ein klares bekennst du drug checking das schon ein guter koalitionsvertrag sag ich mal wenn man das jetzt vergleicht mit anderen bundesländern auch ja da würden wir normalerweise sagen das ist schon progressive geschichte da geht es zumindest ein bisschen vorwärts ja viel mehr haben wir selten gesehen in einem anderen bundesland nur eben dass baden württemberg im grün regiert ist grün geführt ist ja da konnte man mindestens das erwarten und da kann man dann eben auch wenn man will enttäuscht sein und sagen hätten die grünen noch mehr reißen sollen ich war schon baff als daniela ludwig unsere bundesdrogenbeauftragte vor einer weile verkündet hat dass ihre machtig schlaue kampagne zur cannabisprävention bei jugendlichen ein voller erfolg gewesen wäre und dass sie die weiterführen will also ich kenne niemanden der die kampagne gut fand sind wahrscheinlich einfach sind wir in unterschiedlichen bubbles unterwegs die daniela und ich also ja ich habe keinen getroffen der sagt ja gut geht schon ja und bei ihr weiß ich auch nicht vielleicht hat sie die jungs von der jungen union mal gefragt so wie findet ihr meine macht die schlaue kampagne kann man richtig vorstellen ich so mach dich schlau ja 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 ist schon gut ne so und da hat sie gesagt ja super mache ich weiter ich habe ja also das ja noch weitermacht ja das ist schon das hat mich wirklich erstaunt und dann hat sie diese woche getwittert dass eben losgeht die zweite runde der macht die schlaue kampagne ich zitiere wieder cannabisprävention auf social media geht in die zweite runde gespräche um cannabis werden meist sehr emotional geführt oft kommen fakten zu kurz mach dich schlau tv zeigt von youtuberinnen recherchierte inhalte los geht's mit dem beitrag von mylab das ist ja erstmal witzig schon mal dass daniela ludwig sagt dass fakten in der cannabisdebatte zu kurz kommen ausgerechnet sie wo wir ja mit cannabisfakten.de zur seite mit gut recherchierten fakten vorgelegt haben und immer auf der grundlage von fakten argumentieren und eher aus ihrer richtung ja merkwürdige beiträge kommen aber das nur nebenbei ich habe erstmal gedacht gut mylab das ist schon ganz anderes kaliber als die influenza mit denen die kampagne vorher zusammengearbeitet hat da respekt ja nicht schlecht aber es gibt ein paar kleine haken dabei das cannabisvideo von mylab das wird sich zitiert und das auch komplett verlinkt wird von der kampagne ist auf youtube als jugendgefährdet eingestuft ja da ist eine altersbeschränkung drauf youtube sagt jugendliche sollten dieses video nicht sehen ja und ausgerechnet das suchen die sich aus als ja den beitrag zur cannabisprävention bei jugendlichen aber nun wissen wir natürlich auch dass altersbeschränkungen bei youtube nichts zu sagen haben ja die dhv news haben auch teilweise altersbeschränkungen ich finde uns jetzt auch nicht jugendgefährdend von daher naja und das konnte man auch noch reparieren die haben dann das mylab video von facebook genommen und nicht von youtube und dann ging das halt und ja sie schicken nicht jetzt 100.000 jugendliche auf die seite die dann am ende das video nicht sehen können vielleicht schon ein nettes detail bei der jugendkampagne von wegen jugendgefährdendes video theoretisch aber gibt ja noch andere dinge dazu zu sagen erstmal inhaltlich ist das ganz interessant ja also es ist auch tatsächlich ein schritt Richtung mehr wissenschaftlichkeit in der mach dich schlau kampagne bei ludwig bisher war es ja sehr flapsige message sag ich mal vorsichtig richtung jugendliche und mylab geht da schon ganz anders ran auf jeden fall auch wenn wir nicht jedem detail in mylabs video da zustimmen würden um das es hier geht ja gibt es schon ein paar details wo wir nochmal sagen würden komm lass doch mal drüber diskutieren aber im großen und ganzen auf jeden fall ein schub nach vorne was die wissenschaftlichkeit angeht und das nicht ganz einverstanden sein vielleicht mit jedem detail bei dem video geht vermutlich noch mehr für daniela ludwig als für uns sie hat ja gerade letzte woche noch gesagt dass die legalize debatte schädlich ist und auch früher immer wieder gesagt ja immer dieses diskutieren über die legalisierung ja da animiert jugendliche zu konsumieren und jetzt zitiere ich mal aus dem fazit von mylabs video gibt es ein recht auf rausch wir können uns auf jeden fall darauf einigen dass unsere aktuelle einteilung in legale und illegale drogen nicht logisch ist also zumindest keinen wissenschaftlichen oder medizinischen kriterien folgt aber das heißt ja nicht automatisch dass man daraus folgern muss cannabis zu legalisieren man könnte ja auch alkohol und tabak verbieten ist jetzt bestimmt nicht die beliebteste meinung aber eine rational haltbare doch eines der größten probleme mit illegalen drogen ist die kriminalisierung und die gesellschaftliche stigmatisierung ja wenn man das so sieht dass das gefeatured wird in der kampagne da glaubt man ja vorher kaum dass ludwig das video überhaupt komplett gesehen hat vorher ja vielleicht nur den kleinen ausschnitt den sie da rausgenommen haben zusammengeschnitten haben dass sie nur den gesehen hat kann auch sein wo das eben nicht vorkam so eine message von wegen unsere drogenpolitik ist insgesamt null faktenbasiert ja von wegen fakten fehlen in der diskussion aber der dickse Haken an der ganzen sache der kommt erst noch bisher lebt die kampagne nämlich von der zusammenarbeit mit influencern waren ja vorher auch ich meine ich kannte die nicht ja aber die waren schon Leute mit schon einigen Followern auf instagram und tiktok und so also von daher konnte man auch davon ausgehen dass auch mylab dem ganzen zugestimmt hat und da genauso eine projektpartnerin ist und das video wird auch auf machtigschlau.tv präsentiert mit einem beitrag von mylab das hat mylab allerdings klargestellt auf twitter ich zitiere gut dass ich dank twitter von dieser kollabo erfahre also ich wusste nichts davon von der ganzen geschichte hat jetzt erst erfahren als ludwig gepostet hat die zweite welle geht los mit dem beitrag von mylab da schreibt sie halt ja ich wusste nichts davon übrigens sie twittert nicht als mylab sondern unter ihrem richtigen namen maiti nguyenkyu kim dass ich das auch mal einmal versucht habe zu sagen wenigstens ja so ein bisschen sarkastischer kommentar ja von wegen kollabo kann ja wohl keine rede von sein und sie schreibt auch dass das funk netzwerk zu dem ihr kanal gehört das video nicht freigegeben hat dabei wird genau das behauptet auf der seite machtigschlau ich zitiere einmal die ziele hintergründe und abläufe wurden mit den partnern unterstützern und redaktionen im vorfeld besprochen die veröffentlichung der beiträge auf dieser plattform erfolgt mit zustimmung des mediennetzwerks funk mylab schreibt funk hat es nicht freigegeben und mylabs klarstellende worte dass sie also von der kollaboration nichts wusste hat jetzt zum zeitpunkt des drehs hier als ich zuletzt geguckt habe eben die 12.000 likes überschritten und das posting von ludwig auf das sie da geantwortet hat hat 134 likes überhaupt ja wer noch nicht auf twitter ist da ist viel diskussion unterwegs ja ich glaube mittlerweile kommen viele nach twitter rein einfach um an der liegeleist diskussion teilzunehmen ja heute vor dem dreh ist die ganze zeit am rappeln da und immer wieder neue informationen zu der geschichte hier wirklich irre ich bin auch spät dran heute mit dem dreh jedenfalls das posting zu diesem zweiten auftakt wurde auf einem instagram profil schon wieder gelöscht und der zusammenschnitt wo also ein bisschen aus dem kontext raus so flapsige bemerkungen wo die jugendlichen erstmal neugierig werden sollen oder so da gab es noch einen zusammenschnitt den funk selbst gemacht hat den die sich da auch gekrallt haben diesen zusammenschnitt und den veröffentlicht haben als teaser auf der macht die schlau kampagne das haben sie gelöscht mittlerweile ja wo sie irgendwie gemerkt haben so oh shitstorm und so ja und trotzdem nehme ich an ja nach dem letzten mal wird wahrscheinlich Daniela Ludwig auch in diesem fall sagen dass das ein voller erfolg war die kampagne und dass es jetzt immer und ewig damit weitergehen wird was nicht schlecht ist ja unterhaltsamer stoff für die dhv news es gibt ein neues Positionspapier von Wissenschaftlern Ärzten und Politikern die Nachbesserungen für das Cannabis als Medizingesetz fordern zu den Unterzeichnern gehören Heino Stöver Franjo Grottenherm und die drogenpolitischen Sprecher von Grünen, Linken, FDP SPD im Bundestag und auch einige andere beschrieben werden die bekannten Probleme dass die Leute keinen Arzt finden der Cannabis verschreiben will dass die Krankenkassen die Erstattung der Kosten ganz oft ablehnen die hohen Preise in den Apotheken für Selbstzahler wird alles beschrieben und es werden auch konkrete Maßnahmen eingefordert wie die Abschaffung des Genehmigungsvorbehalts durch die Krankenkassen also dass wirklich der Arzt entscheidet zusammen mit dem Patienten ob jetzt Cannabis-Therapie sinnvoll ist oder nicht und nicht die Krankenkasse das entscheidet Ärztefortbildung aber auch staatliche geförderte Forschung zum medizinischen Cannabis wird gefordert ja eigentlich genau der Forderungskatalog den wir beim dhv auch haben wir schließen uns der ganzen Geschichte in vollem Umfang an von einer guter Aktion der Kollegen gibt noch viel zu tun in Deutschland auch beim Thema Cannabis als Medizin und das Positionspapier findet ihr wie immer in der Videobeschreibung Thema Nutzhanf kommt nicht so oft oft vor hier in den News nur ganz ab und zu mal gestreift aber es kommt eben auch nicht so oft vor dass sich Politik damit konkret beschäftigt und das war jetzt im Landtag Brandenburg der Fall die haben nämlich jetzt gefordert und beschlossen dass Nutzhanf systematisch gefördert werden soll mit allen möglichen Details soll Netzwerke geschaffen werden und Produktionsketten aufgebaut werden Wertschöpfungsketten also dass der Landwirt erstmal weiß okay wem kann ich am Ende meine Ernte überhaupt verkaufen ja dass irgendwie auch eine Verarbeitung in der Region stattfindet und das Zeug nicht halb durch Deutschland gefahren werden muss dann soll auch Forschung gefördert werden in dem Fall in Erntetechniken weil ja ganz Jahrzehnte lang der Hanfanbau brach lag und immer noch Nachholbedarf da ist um das ganze Schlank zu gestalten und mit technisch vernünftigen Maschinen schnell da durchzukommen und effizient Hanf zu ernten und so weiter also alles lauter Förderdetails wie jetzt Brandenburg Nutzhanf richtig nach vorne schieben will das Ganze wird präsentiert und zuständig dafür ist ein grüner Agrarminister in Brandenburg und beschlossen hat das Ganze die Koalition aus SPD CDU und Grünen auch so eine komische neuartige Farbkombination mal sehen ob da was bei rauskommt und jetzt wäre es schön wenn Brandenburg auch endlich mal bei Cannabis als Genussmittel vorwärts machen würde da geht nämlich gar nichts so die Schweiz da müssen wir jetzt nochmal kurz hinschauen in Deutschland diskutieren wir auch viel über kommunale Modellprojekte zur Cannabisabgabe Berlin hat gerade noch einen Antrag laufen beziehungsweise eine Klage gegen die Ablehnung Bonn hat ja letztens auch grundsätzlich beschlossen dass sie es gerne machen würden ja immer wieder poppt die Diskussion auf in den einzelnen Städten die von unten dann quasi die Reformen einfordern und vielleicht irgendwann auch durchgesetzt kriegen dass sie so ein Modellprojekt machen und das wird immer sehr kontrovers diskutiert hier in Deutschland ja im Sinne von wir brauchen gar kein Modellprojekt ja wissenschaftliche Erkenntnisse was soll das sein wir müssen nur jetzt mittlerweile nach Kanada gucken in die USA dann nach Uruguay da haben wir die ganzen Daten da sehen wir die Auswirkungen der Legalisierung was wollen wir da noch erforschen gleichzeitig gibt es aber auch noch ja überwiegend Bedenken wir haben keine Mehrheit in Deutschland im Moment für die vollständige Legalisierung und da ist eben die Frage ob so ein Modellprojekt dann doch ja ein Zwischenschritt sein kann auf dem Weg dahin und vielleicht am Ende die Legalisierung schneller bringen kann vielleicht Ängste nehmen kann auch nochmal in Deutschland von wegen was alles Schlimmes passieren könnte wenn man legalisiert und die Modellprojekte dann ergeben ja okay passt schon umgekehrt kann man natürlich auch sagen die Modellprojekte verzögern möglicherweise die vollständige Legalisierung ja wenn die jetzt vor der Tür steht und man sagt jetzt okay wir machen erstmal Modellprojekte ja dann ist eine Legislaturperiode rum ja dann muss halt erstmal geplant werden beschlossen werden Regeln aufgestellt werden für die Projekte dann laufen die drei Jahre dann werden die ausgewertet und so weiter und dann gucken wir weiter da gehen also schon ein paar Jahre ins Land insofern zwiespältige Angelegenheit aber wir haben eben die Mehrheit für Legalisierung tatsächlich in Deutschland noch nicht in der Schweiz sind die Modellprojekte beschlossene Sache auf Bundesebene die dürfen die jetzt machen die werden auch jetzt bald beantragt im Mai dürfen die also jetzt diesen Monat werden die Anträge entgegengenommen der Bundesamt da fängt an die zu bearbeiten geht also bald los und gleichzeitig ist jetzt so dass in der Schweiz schon die vollständige Legalisierung in den zuständigen Gremien diskutiert wird und jetzt im ersten Ausschuss tatsächlich auch beschlossen ja also die Gesundheitskommission des Nationalrats in dem Fall also eine Art Gesundheitsausschuss irgendwie bei uns in Deutschland hat beschlossen Cannabis vollständig zu legalisieren und da sind wir jetzt genau bei der Situation ja wird jetzt das Modellprojekt die ganze Sache aufhalten oder nicht oder war das Modellprojekt wirklich der Türöffner für so eine Geschichte ist natürlich jetzt erst der Anfang der ganzen Diskussion der ganzen Legalis Sache und man muss jetzt durch die ganzen anderen Ausschüsse noch gehen und am Ende ja durch den Nationalrat und so aber diese Kommission die das jetzt beschlossen hat die gehen auch davon aus dass es sowieso lange dauern wird die ganzen Regeln aufzustellen und ja so ein Legalisierungsgesetz macht man nicht in zwei Wochen sozusagen ja und die Schweiz macht das auch gerne gemütlich und gründlich sag ich mal und anständig irgendwie und die sagen ja passt schon zusammen ja wir gucken uns dann die Erkenntnisse aus den Modellprojekten nehmen wir mit rein unsere Regularien die wir jetzt in den nächsten Jahren über aufstellen aber grundsätzlich haben die gesagt okay wir wollen legalisieren wir gehen in die Richtung wir machen das Gesetz schon mal fertig während die Modellprojekte laufen ja mal sehen ob die anderen Gremien dem auch so zustimmen ganz spannende Geschichte und jetzt könnt ihr selber mal sagen wie schätzt ihr das ein sind die Modellprojekte eher ein Bremsklotz am Ende wenn man die beschließt und verzögern die die ganze Legalisierung oder ist es tatsächlich vielleicht der Dammbruch oder Durchbruch oder so dass man sich locker macht so ein bisschen und sagt okay wir machen jetzt erstmal so ein Mini-Beschluss Legalisierung und wenn man das einmal hat man dann vielleicht auch zum großen Beschluss schneller hinkommt schreibt mal in die Kommentare wie ihr das seht sind die gut oder sind die nicht gut die Modellprojekte und dann bin ich bei den Terminen wir haben Treffen der Ortsgruppen in Koblenz am 9. Mai genauso in Regensburg in Bochum am 11. Mai Hamburg auch 11. Mai und jetzt sind wir schon bei Samstag 15. Mai und da sind Global Marihuana Marches in Nürnberg Frankfurt Heidelberg Braunschweig Duisburg Regensburg und Karlsruhe überall Live-Demos nichts mit Online und Kamera und so echt mit hingehen richtig Leute sehen wenn schon nicht anfassen ja haltet Abstand nehmt Masken mit und so weiter steckt euch nicht an steckt andere nicht an aber ihr dürft demonstrieren in den genannten Städten Details dazu wie immer auf der DRV-Seite und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu unserer Terminübersicht wo ihr dann seht wann es wo losgeht und so dann nochmal die Hamburger Ortsgruppe Dienstag 18. Mai mit ihrem Klönschnack online wieder wo jeder teilnehmen kann das war's für heute liked dieses Video abonniert den Kanal drückt die Glocke liked das Video wir sehen uns nächste Woche und fürs Erste wünsche euch noch einen schönen Tag und einen gerufsamen Abend und einen gerufsamen Abend und einen gerufsamen Abend und einen gerufsamen Abend